Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 26.09.2019 um 6.01 Uhr. Der letzte Arbeitstag diese Woche beginnt für mich. Wieder so früh wie die letzten drei anderen Tage auch. Und es wird Zeit, dass meine Haare geschnippelt werden. Heute Mittag, irgendwann ist es soweit. Nadine wird vorbeikommen und mir helfen mit meiner Frisur oder mit der Länge meiner Haare. Ja, heute ist mal wieder Haare schneiden angesagt. Außerdem treffe ich mich heute mit Achim nach der Arbeit so gegen 17 Uhr zum Kaffee trinken und quatschen. Wir haben uns jetzt bestimmt schon ein Jahr wieder nicht gesehen, wenn nicht sogar länger. Ich glaube, das letzte Mal in Spandau bei diesem China-Restaurant da. Und heute Abend gehe ich aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit Julia in die Sneak Preview. Egal was kommt, ich freue mich, dass sie da ist, dass sie Zeit hat und dass wir uns mal wieder sehen. Da freue ich mich echt. Irgendwann so gegen 19, 19, 30, schätze ich mal, wird sie am Potsdamer Platz sein. Ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Gestern auf der Arbeit ging es mir nicht so gut. Ich habe, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wir hatten so einen kleinen Wettstreit, der Michi und ich. Wir schafften zuerst die 200 Vorgänge. Und irgendwann gegen 10 und 11 merkte ich so langsam, wie es mit meinem System bergab ging. Er kam immer rumgelaufen und guckte mal, wie viel habe ich. Aha, okay, muss er jetzt nicht so sich beeilen, aber immer so den Vorsprung behalten. Und ich merkte so dann irgendwann, dass das mit dem Augenflimmern anfing. Und das ist schon mal schlecht, weil ich dann nicht mehr so richtig zielgenau klicken kann. Und dann merkte ich auch, dass das Verarbeiten von Informationen in meinem Gehirn nicht mehr so gut lief. Und dann haben wir irgendwann Mittagspause gemacht und da merkte ich dann auch, wie meine rechte Hand wieder einschlief. Und ich mir dachte, oh shit, kriegst du jetzt einen Migräneanfall? Bitte nicht. Reden war so ein bisschen, naja, ging so, aber war nicht so sinnbehaftet. Ich hatte dann auch ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist total gruselig eigentlich, die Namen meiner Kollegen zu verknüpfen mit den Gesichtern. Und irgendwann so gegen 13 Uhr ging es dann aber wieder. Also da hatte sich das dann alles wieder ein bisschen gelegt. Ich bin trotzdem gestern um 14.30 Uhr gegangen, weil ich immer noch nicht so ganz fit war. Hat mir zwischenzeitlich auch eine Dolamin eingeschmissen, weil leichte Kopfschmerzen kamen. Und ich war irgendwann 14.45 Uhr, 14.50 Uhr zu Hause und habe erst mal bis 18 Uhr gepennt. Ja, und um sechs bin ich dann, wie gesagt, wieder aufgestanden, habe was gegessen, habe ein bisschen Stream von Buf geguckt, habe noch ein bisschen Fallout 76 gespielt und ja, dann bin ich wieder ins Bett. Also ich habe, glaube ich, jetzt von gestern nach Feierabend zu heute, ich glaube, über zehn Stunden geschlafen. Und jetzt gucken wir mal, wie es mir heute geht. Mir geht es, momentan geht es mir gut. Ich kann nochmal gucken, ich kann nochmal denken und nochmal reden, glaube ich auch. Und deswegen fahre ich jetzt auch mal gleich ins Büro und gucke mal, was da so abgeht. Ja, wird ein bisschen zerrupft der Tag, wie gesagt, Mittagspause irgendwann. Irgendwann und dann Haare schneiden irgendwann und dann irgendwann Achim treffen. Da freue ich mich, wie gesagt, richtig drauf, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Und dann danach noch Julia sehen und vielleicht auch einen guten Film gucken. Mal gucken, wir schauen mal. Ja, ansonsten der Stream gestern bei Buf war schön. Ich glaube, er hat sich mit Soma einen ganz guten Gefallen getan. Das Spiel ist echt spannend gemacht und er hat aber sehr viel früher rausgekriegt, was los ist als ich. Woran das nur liegen mag, ich weiß es nicht. Ja, und Michi hat mich gestern auch überholt. Ich habe, glaube ich, 100 Vorgänge bearbeitet und er hat irgendwie über 200 gemacht. Das ist so krass. Aber er war auch on fire, kann man so sagen. Also die ganze Zeit immer Jens Ufi regt und Ufi dreht und zack, noch eine Anhörung raus, noch eine. Ich bin mal auf die Zahlen heute gespannt. Ich sehe, was wir in Summe produziert haben an Drucks, an Schreiben. Und dann rechne ich ihm mal seine Prozent aus, die er am Gesamtziel getragen hat. Die sind auf jeden Fall mehr als doppelt so groß wie meine. Naja. Gut, dann habt einen wunderschönen Tag. Und kleiner Hinweis von Nick, meinem Fastfreund aus Oranienburg. Es gibt Freespace 2 momentan bei GOG.com oder in dem GOG-Launcher auf der GOG-Website umsonst. Soll ein super Spiel sein. Ich habe es immer nur im Stream gesehen, selber nicht gespielt. Aber wer Freespace 2 mal ausprobieren will und das für Lau, kann dies dieser Tage auf GOG.com tun. Ich weiß nicht, wie lange das Angebot noch gilt. Steht hier irgendwas? Ich glaube nicht. Aber ich würde sagen, lieber früher als später. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Donnerstag. Und wir hören uns morgen am Vormittag. Denn ich werde morgen ein Stück weit ausschlafen. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik